Musik Mein Name ist Michael, bin 58 Jahre alt und bin hier Gas-Wasser-Installateur. Bei HVT ca. drei Jahre und davor, ja, seit der Ausbildung, seit 42 Jahren mache ich diesen Job. Die HVT steht also für Heizungsmontagen, sprich komplette Zentralen, aber auch sanitär, von normalem Abwasser bis zum Feinsten in den Bädern. HVT macht auch Elektrik. Also rund ums Haus sind wir wirklich für alles zuständig. Ich habe schon mehrere Teams hier bei HVT kennengelernt, bin mit allen gut ausgekommen. Ich kann mich nicht beklagen, dass irgendeiner so ein Außenseiter wäre, sondern alles super Kollegen. Am meisten Spaß bei der Arbeit macht mir eigentlich, wenn ich eine Arbeit anfange und die dann irgendwann fertig habe, dieses Endergebnis zu sehen. Ich kann stolz sein, ich habe etwas Sichtbares geschaffen. Ausbildungsmöglichkeiten, denke ich mal, haben wir sehr gute. Wir sind genügend Monteure, die sich jeder einen Lehrling schnappen könnten, um den Leuten was beizubringen. Was wir sicherlich alle gerne machen würden, weil wir haben Wissen und wir würden es auch gerne weitergeben. Man wird teilweise vor Ort auf den Baustellen durch die Firmen, die ihre neuen Produkte vorstellen, weitergebildet. Es gibt aber auch Kurse, wo man hingeschickt wird. Das ist auch unterschiedlich, je nachdem, um was es sich handelt. Man muss räumliches Vorstellungsvermögen haben. Man muss, ich sage mal, das Einmaleins und die Grundmathematik, die muss man einfach drin haben. Man muss einfach Spaß am Handwerk haben, mit den Händen zu arbeiten. Wir bei HVT suchen Monteure.